Zack, 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 du bist Mörder. Und das heutige Thema sind Speedruns, aber nicht irgendwelche Speedruns. Und zwar geht es um die kürzesten Speedruns überhaupt. Wir fangen an mit Dragster. So, und Dragster geht gerade mal 5 Sekunden. Und Dragster sollte der ein oder andere kennen, und zwar ist es der älteste Speedrun, beziehungsweise der Speedrun, der wirklich durch die Decke ging. Und ich habe das Spiel auf jeden Fall schon mal gesehen, aber ich weiß nicht wirklich, wie das funktioniert. Ich glaube, es hat so ein bisschen mit Timing zu tun. Wobei, es gibt super viele Speedrunner, die haben diese Zeit. 5 Sekunden und 57, weil technisch gesehen ist es nicht möglich, noch schneller zu sein. Ja. Fuck yeah! 5 Sekunden und 57, also ich weiß wirklich nicht, wie das funktioniert. Ich finde, das sieht super einfach aus. Das Spiel kam damals irgendwie für Atari raus. Ja, und wie gesagt, Leute, vor 35 Jahren gab es einen Typ, der hieß Todd Rogers, und er hat bei dem Spiel 5 Sekunden und 51 geschafft. Und niemand hat es geschafft, Todd Rogers zu besiegen. Und Todd Rogers war damit unter anderem im Guinness Buch der Rekorde. 35 Jahre später kam heraus, dass der gecheatet hat. So, jetzt werde ich euch etwas anderes zeigen, und zwar Choco Mountain von Mario Kart 64. Also es gibt die Möglichkeit, diese Strecke hier in 50 Sekunden durchzuspielen, und ich zeige euch das jetzt kurz. Das war Runde 1. Das war Runde 2. Und einmal noch. Zack. 15 Sekunden und 67. Das sieht zwar einfach aus, das ist aber unglaublich hart. Außerdem ist das so ein bisschen RNG-based, ob der den Frame trifft, dass Yoshi so nach oben fliegt. Und der Erste, der es geschafft hat, der hat wirklich Monate daran gesessen. Der hat Monate lang gestreamt, immer wieder, wie er das eigentliche versucht hat. Jetzt kommen wir zu einem Spiel, das heißt Two Worlds. Man kann den Endboss des Games relativ früh treffen, aber es gibt keine Chance, ihn zu besiegen. Man kann ihn nicht besiegen, also zumindest nicht am Anfang. Aber es gibt einen Trick. Ah, interesting guests. Ja, also erst einmal sprengt man über diesen Zaun. Und hier ist so ein kleines Dorf mit Dorfbewohnern. Die werden später noch wichtig sein. Genau, das selten ist übrigens der Endgegner. Also ich verstehe ihn nicht. Also ich habe das Game nicht gespielt. Ich weiß nicht, worum es geht. Aber ich finde das irgendwie weird, dass der Endgegner so random im Freien herumsteht. Bam. Habt ihr gesehen? Der Endboss hat den Spieler getötet, aber es gab eine sogenannte Splash-Animation. Das bedeutet, die Leute drumherum wurden ebenfalls getroffen. Und die Dorfbewohner mögen es nicht, wenn andere Dorfbewohner ebenfalls verletzt werden. Also man lässt die Dorfbewohner quasi für sich kämpfen. Ja, ab hier muss man nichts mehr machen. Der wird jetzt einfach zusammengeschlagen. Ich glaube, der hat so ungefähr 4000 HP oder so. Und Spiel durchgespielt. Alles klar, Freunde. Jetzt kommen wir zu einem Videospiel, das heißt Clue. Und dieses Game kann man theoretisch unter einer Sekunde durchspielen. Der Weltkord beträgt einfach 0 Sekunden und 7,3. Also es geht darum, einen Mordfall aufzuklären und den Mörder zu finden. Also man wählt jemanden aus und hofft einfach, dass er der Mörder ist. Zack, 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 zack. Du bist Mörder. Ja, das war der Speedrun. Jetzt kommen wir zu einem Spiel, das kennen viele von euch. Dieses Spiel heißt Getting Over It. Und das kann man theoretisch in 1 Minute und 30 Sekunden durchspielen. Oh mein Gott. Also ich weiß auf jeden Fall, dass die Controls sehr hart sind, wenn man so ein bisschen braucht, um reinzukommen. Er hat das perfektioniert. Was ist das für ein Monster? Ohne Witz, das geht ja so schnell. Das sieht sogar ein bisschen aus, als wäre das Video schneller gemacht worden. Also an diejenigen, die das Spiel nicht kennen, das ist richtig hart. Man fällt tausendmal runter, mindestens. Man muss dazu aber auch sagen, es gibt Menschen, die haben sieben Stunden für dieses Game gebraucht. Sieben Stunden. Ach, das war's schon. Also an diejenigen, die das Spiel gespielt haben, wie lange habt ihr gebraucht, bis ihr es durch hattet? Sechs Tage, sechs Stunden, zwei Stunden, 13 Stunden. Und es sieht wirklich nicht aus, als wäre das Spiel lang, oder? So, Leute, jetzt kommen wir zu Spyro. Und dafür haben wir Ewigkeiten gebraucht. Also ich glaube, wir haben das irgendwie in zwei Monaten durchgespielt. Und ich frage mich wirklich, wie soll man das denn in einer Minute durchspielen, Bruder? Okay, das Video ist so ein bisschen laggy. Ah, okay. Okay, also er geht einfach zum Endpost, indem er einen Dive in den Rasen macht. Warum bin ich nicht darauf gekommen, als ich 10 war? Ach, der ist immer noch nicht besiegt. Jetzt ist er besiegt. Okay, eine Minute und sieben Sekunden, crazy. Also ich weiß nicht wirklich, was er da gemacht hat, weil ich habe den Teil nicht gespielt. Aber es sah cool aus. Ich glaube, wenn ich Spieleentwickler wäre und das sehr... Ich würde mich schämen. Und jetzt gucken wir uns einen Minecraft Speedrun an. Ich glaube, es gibt einen, der schneller ist. Aber ich habe jetzt einfach den gefunden, drei Minuten und 59. Also, man erstellt eine neue Welt. Und wichtig ist auf jeden Fall, dass ein Dorf in der Nähe ist. Und jetzt versucht er, so schnell wie möglich zu dem Drachen zu kommen. Und da hinten ist auch schon das Dorf, aber schon ein bisschen weit weg. Ich glaube, bei dem Weltgequad ist das Dorf noch näher. So, jetzt holt er sich ganz viel zu essen. So, auf jeden Fall versucht er erst einmal, den Ender... Ja, das Enderauge irgendwie zu bekommen. Jetzt erstellt er sich ein paar Emeralds. So, und da ist auch schon das Enderauge. Das ging schnell. Zack, und da ist auch schon der Drache. Okay, und was ist das? Okay, einfach fast die Hälfte an Schaden. Wie gesagt, das letzte Mal, wo ich den bekämpft habe, konnte man das nur mit Fall im Bogen machen. Deswegen bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Drei Minuten und 59, das ist crazy. Leute, wir kommen jetzt zum Portal. Und Portal habe ich damals durchgespielt selbst. Ich weiß nicht, wie lange ich insgesamt gebraucht habe, aber es hat schon sehr lange gedauert. Ich glaube mindestens 20 bis 30 Stunden, weil ich zuvor noch die Portal gespielt habe. Der Weltrekord geht einfach sechs Minuten und 53. Okay, ich glaube, er benutzt das Radio, um sich selbst zu katapultieren. Das kann man unter anderem auch bei Garry's Mod machen mit anderen Gegenständen. Guck mal, da oben steht einfach Twitch.tv und da ist ein Twitch-Name. Ja, ist ja modifiziert. Ist ja ein modifiziertes Spiel. Zählt nicht mehr. Er stellt sich schon mal zu dem Portal, wo es dann stehen wird. Und macht so ein bisschen Bunny-Hopping-Shit. Und jetzt passieren richtig komische Sachen. Warum ist er im Void? Wo schießt er hin? Was passiert da eigentlich? Warum lädt er? Warum schießt er jetzt da hin? Warum kommt er einfach durch die Wand? Warum ist er hier und warum... Gucken wir nochmal, was in den Kommentaren steht. I literally have no idea what is going on. Good job. Bruder, ich fühle das. Was soll... Bruder, ich bin so verwirrt. Ich verstehe gar nichts mehr. Was passiert da? Wo ist der? Was macht der? Warum ist er jetzt wieder im Void? Warum ist er... Wo ist der? Warum sind zwei Portale ineinander? Wo ist der... Also, dass der Typ, der den Speedrun macht, selbst nicht durcheinander kommt. Ich glaube, selbst wenn ich hier komplett verstehen würde, was passiert, könnte man das nicht erklären. Wenn eure Mom reinkommt in euer Zimmer und ihr guckt das schnell ausmachen, Pornhub an. Das kann man besser erklären. Ah, okay. Ihr müsst einfach nur in die Grafikwähler reinschießen. Dann seid ihr hier. Ach, warte, er hat das Spiel gleich durchgespielt. Der ist bei 6 Minuten und 10 und der Speedrun geht 6 Minuten und 53. Leute, wir haben es gleich geschafft. Könnte ich auch machen. Das glaube ich dir sofort. Ich könnte es übrigens auch machen, aber ich bin zu faul, ihr Sporten nochmal zu installieren, Leute. Hm, das dauert mir zu lange. Sonst hätte ich das genauso gemacht. Wie weird muss es für GLaDOS sein. Der Charakter wacht auf. 6 Minuten später wird sie einfach vernichtet. Krass, Alter. 6 Minuten und 53. Okay, Leute. Es gibt noch Mario World und dieses Spiel kann man theoretisch in 41 Sekunden durchspielen. Also ich weiß, wie das funktioniert, aber ich kann es euch nicht erklären, weil das viel mit Technik zu tun hat, viel mit Sprites und viel mit Positionierung. Aber auf jeden Fall muss man das hier machen. Zack, Münze, Credits. Und er hat das Spiel durchgespielt. Und ich frage mich, wie kommt man darauf, so etwas zu finden? Alles klar, Ocarina of Time. In 7 Minuten kann man Ocarina of Time durchspielen. Und das Intro geht richtig lange, Leute. Ab hier ist das Intro vorbei. Der Speedrun selbst geht 7 Minuten 34 und das Intro geht einfach 3 Minuten. Er läuft übrigens rückwärts, weil es so schneller geht. So, hier gibt es, glaube ich, das Schwert oder das Schild. Ne, Schwert. Schwert. Okay, er muss das Schwert equippen. Und die Rubies braucht er natürlich für das Schild. Okay, er holt sich jetzt das Schild und ein paar Nüsse. Okay, jetzt muss er es irgendwie schaffen, im Dekobaum sich irgendwie in die Credits zu teleportieren, I guess. Okay, er hat das Spiel auch auf Japanisch gestellt, weil die Dialoge dadurch ein bisschen schneller weggehen. Oh, war das ein Fail oder war das gewollt? Was macht er da? Ich glaube, die ganzen Gegner und Bewohner sind verschwunden, oder? Da ist ja niemand mehr. Der hat die Alu unsichtbar gemacht. Ne, ne. Doch nicht. Doch nicht. Eine habe ich gerade gesehen. Aber trotzdem hat er jetzt irgendwas manipuliertes gemacht. Was passiert da? Jetzt ist er wieder bei denen und hat nichts in der Hand. Stellt sich vor die Wand. Macht irgendeine komische Abfolge, wo ich mich frage, wie hat man das überhaupt rausgefunden? Duck dich zweimal, das ist wahrscheinlich auch wichtig. Erinnert ein paar Mal die Kamera-Perspektive. Die Leute, die immer Weltrekorde machen, sagen, hm, irgendwie war ich echt schlecht. Was war der Fehler? Also, ich verstehe so ungefähr, warum das Spiel das macht, aber ich verstehe nicht, wie man darauf kommt. Alles klar, liebe Freunde. Ich würde sagen, genug Verwirrung für heute. Das war definitiv genug Verwirrung für heute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüssi, Kowski. Und aber schön auf die Glocke drücken, Leute.